hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play star wars bei der planetaren katastrophe und es wird heute ein wenig kalt denn wir reisen nach ich musste nur noch aussteigen aber ein und aussteigen ein und aussteigen wie es man kann wenn man nicht mehr kann naja der mike ist auch da ja ja dieser leicht unfreundliche planet mal schauen wie lange der ladebildschirm heute wie es ich freue mich schon auf korea der planet mit dem kürzesten ladebildschirm ever jetzt stellt euch mal vor markus hätte keine ssd auf korea habe ich mir mal ein brot gemacht weil ich das ohne ssd damals gespielt hatte noch mit dem brot machen oder so irgendetwas weil es so lange gedauert das ging ja schon mal relativ zügig naja aber das ganze ist ja jetzt ein bisschen einfacher und kürzer wir müssen einfach nur noch unsere klassenphase machen das ging ja schon mal so ich nehme mir vor dass wir der klassenperiode heißen dann würde ich überhaupt nicht mehr für Witzen rauskommen naaa wirklich oh ich soll mein holocom benutzen ich kann doch gleich mitteilen was los war wir warten dann hier so lange ja 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 Der Maik, der hat ein Holo-Gespräch, schalala, und er knistert hin und wiederum zum... Ich nicht. Ich knistere nicht. Alles ist jetzt weg. Ja, es ist nicht. Wie unpraktisch. Was war denn mit deinem Holo-Gespräch? Ah ja, wir retten jetzt eine Suchtruppe, die wir unterstützen sollen. Wir suchen ja was für den Imperator, die Sternkarte. Was wir da hinbekommen, überhaupt für seine Testung ist. Ja gut, dann gehe ich jetzt in meine Phase. Und ich war noch gar nicht fertig. Das ist der Infanterie-Trupp der 301. So. Gut. Dann schaut mich mal, was man hier von mir möchte. Was Sgt. Yul von mir möchte. Ah. Die Stimme ist ja auch gar nicht nervt für mich. Das ist erstaunlich. Das ist nicht mehr gedacht. Offizier anwesend. Hört so vom Insektoiden, wie er redet. Wieso berichtet ihr mir nicht genaueres über eure Operation, Sergeant? Ich hab da voll die Clipping-Fehler gerade. Warten seine Rock hat voll die Clipping-Fehler. Bei mir kommt der durch die Hose vorne am Penis wieder raus. Oh, der hat ja überhaupt einen Geschlechtsteil. Aber nichts geht über den Vibrator. Mann, 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 Mann. Alter, die Stimme. Ich finde die jetzt gar nicht so schlimm wie Huttisch, ehrlich gesagt. Ich weiß ja nicht, wie laut du das auf den Ohren gerade hast. Das geht's. Ich finde die relativ angenehm dafür, was mich sonst immer erwartet. Aber worauf Markus gar nicht klarkommt sind Irklands. Ja. Boah, aber ich weiß noch, wer das erste Mal sie getroffen hat. Der hat sofort immer seinen Tod weggemacht. Der hat's nicht ausgehalten. Wenn sie angefangen haben rumzugrunzen. Oh ja. Ich fand das so lustig, ne? Als ich sie das erste Mal getroffen hab, ich hab voll gelacht. Ja, sorry. Ich hab keine Lust, mir den ganzen Tag anzuhören, wie so ein Schwein im Vieh die Fug abgestochen wird. Das war ja den ganzen Tag, das war ein Questgeber. Egal, war schlimm genug. Außerdem hab ich die relativ schnell kennengelernt als imperialer Kopfgeldjäger. Äh. Hat man ja häufiger mit denen zu tun? Auf Hutter hat man mit einem auf jeden Fall zu tun. Ja. In der Regel hast du sonst mit einem Java-Gefährten. Den mag ich. Ich mag die Java-Sprache. Die klingt immer so kuschelig. Mhm. Aber wer mag keine Jawas? Du magst du mal richtig weit raus, Alter, dann wirst du voll geblendet. Oh. Ich finde aber den Berg im Hintergrund ganz cool gemacht. Ich kann ja mal langsam die Kamera schwenken lassen. Das ist auf jeden Fall ne nette Aussicht. Ich fängst hier gerade langsam. Ich weiß, was du hast. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Ich fühle mich auf Hoff immer heimlich. Wenn es eigentlich Hot ausgesprochen wird, im Film zumindest. Ist ja scheißegal, wer uns ausspricht. Jeder weiß ja, was gemeint ist. Naja. Da muss ich nicht immer an Korinthen kacken. Außer bei Lichtschwert und Laserschwert. Da bin ich definitiv sehr zickig, wenn da jemand das Laserschwert nennt. Ihr wisst gar nicht, was ich bei Krotor 1 für Wutanfälle gekriegt habe, weil die es immer Laserschwert genannt haben. Wollte übrigens, ich weiß nicht den Fanfact, ob ich den schon mal angebracht hatte, aber ursprünglich sollte Lichtschwert, also Light Sabber, sollte ursprünglich leichter Säbel genannt werden im Deutschen. Ah ja. Leichter Säbel, ohne Quatsch. Wäre ja auch immer für diese Übersetzung verantwortlich, weil der wurde bestimmt hochgradig gefeuert. Eigentlich müsste es Lichtsäbel heißen im Deutschen, aber Lichtschwert passt besser in meinen Augen, weil es ja eigentlich kein Säbel ist. Man hat ein Säbel in der Hand. Müsste ja dann geboten sein. Ist er nicht, also bleiben wir bei Lichtschwert. Aber wenn es jemand Laserschwert nennt, dann werde ich sauer. Ich erkläre ihn erst auf, wenn er daraus beharrt will ich stinke, weil es mich nicht ist. In dem Film wird er übrigens nur zwei- oder dreimal ein Laserschwert gesagt und das nur wegen Übersetzungsfehlern. Sonst wird es die ganze Zeit Lichtschwert genannt, auch in den Comics und was auch immer. Und in fast jedem anderen Spiel. Bis auf Cotor 1. Eine Stelle in Cotor 2. Naja, aber das war halt wieder gesagt mal ein Lokalisierungsfehler. Tja. Na Cotor 2 kann ich euch leider nicht aufnehmen, weil das Spiel stürzt so oder so. Oh, ohne Emulator fast schon. Ich bräuchte fast einen Windows XP-Emulator dafür, glaube ich. Und so, man trägt dann gut. Ja, total krass. Schade eigentlich, aber was will man machen? Aber ich habe es natürlich noch mal letztens irgendwann durchgespielt gehabt vor ein paar Monaten. Weil ich Bock hatte. Es ist ein gutes, geniales Spiel. Ziel ausgelöscht. Also das mit der WoW-Level-Fahrt, das müssen wir noch mal lügen, weil wir ja auch Raider sind in WoW. Wir müssen halt gucken ja, weil wir müssen richtig durchziehen mit dem Leveln und was schnell vorankommt. Es könnte sein, dass das dann vielleicht noch ein paar Tage später rauskommt. Aber vielleicht seht ihr dann statt unsere Main-Charaktere dann irgendwelche Allianz-Sahler oder so. Weil wir wollen natürlich auch was Neues sehen. Wir haben immer noch den 90er-Level-Boost, den man ja kriegt, wenn man sich ja set-on holt. Und wir wissen nicht, wofür ihn verwenden könnten. Und außerdem, wenn wirklich Stormy schon auf der Horden-Seite kennen wir jetzt ein bisschen lame, sie nochmal zu machen. Einerseits das, was halt viel eher unser Grund ist, weshalb wir möglicherweise Level-90er mit dem Boost neu erstellen. Dafür ist halt einfach, weil wir sonst gezwungen wären, innerhalb von gut 4-5 Tagen die gesamte Level-Phase komplett aufzunehmen und 40 Stunden Material innerhalb von 5 Tagen aufzunehmen. Das habe ich noch nirgendwo gesehen und wir sind dann auch nicht fähig, das zu machen, weil wir sonst die Platte voll. Genau, und außerdem ist auch irgendwann die Luft raus. Man weiß dann erstmal nicht, worüber man reden soll, weil nichts passiert ist. So, jetzt kann man ja irgendwelche neuen Themen anschneiden, aber wenn man nicht mehr weiß auf einmal. Anscheinend komme ich gerade rechtzeitig. Folgen wird unsere Stimmen sterben. Keine Sorge, Jedi. Ich hätte diese Stellung noch ewig halten können. Oh, Rask. 301. Infanterie. Wer wusste ich das nur? Es gibt keinen Trupp mehr. Außer uns ist keiner mehr übrig. Wir sind so lange ein Trupp, bis ich etwas anderes sage, Private. Und jetzt steht auf. Keine Zeit zum Ausruhen. Hier sind überall imperiale Truppen. Immer langsam. Dieser Soldat braucht medizinische Hilfe. Nachladen, Private. Die Mission ist noch nicht abgeschlossen. Es war unser Ziel, die imperialen Vermessungskarten des Raumschifffriedhofs zu sichern. Ziel erreicht. Dabei sind uns imperiale Angreifer gefolgt. Eigene Verluste 66,4%. Gegnerische Verluste 100%. Ja gut, das ist besser. Moment. Ich erfasse draußen eine neue Welle von Suchtdroiden. Sie kommen hierher. Oh mein Gott. Diese Droiden werden es noch bereuen, dass sie hergekommen sind. Ihr habt sie gehört. Sichert die Tür. Da kommen sie. Das war böse, weil ich dich einfach mal nicht in Deckung schicke und sie selber vorlegen sollten mitkämpfen. Und damit können wir halt, wenn wir die anderen Scharfen legen... Ja, die Finger würden eigentlich normalerweise explodieren. Das ist eine Annäherung zum Explosionsruigen. Genau. Aber wir lassen es nicht zu. Waren das alle private? Ja, Sir. Haben wir einen Energieausfall oder... Pfff. Oh, sie. Äh, ups. 83,3%. Okay. Wir waren also zu 6. ... Das ist die Pflicht eines jeden Soldaten. Hier sind die imperialen Vermessungskarten des Raumschifffriedhofs. Lianaris möchte sie sehen. Ich kehre zur Basis zurück und baue meinen Trupp wieder auf. Wir treffen euch sobald... Doch wird kein Fan von mir werden. Bleibt wachsam da draußen. Möglich. Ich hätte sagen können, der arme Mann oder so, aber... Nein, er hat den Zweck erfüllt. Ja. Hier ist General Callan Drain vom Republikanischen Oberkommando. Ich bin gerade im Orbit über Hoth rangekommen. Da unten herrscht ein ziemliches Chaos. Wie es heißt, habt ihr einige Männer von der 301. Infanterie für eure geheime Mission abkommandiert. Die imperiale Offensive hat uns in schlechter Verfassung zurückgelassen. Wir haben euch einen Gefallen getan. Jetzt benötigen wir einen. Die Jedi sind stets gewillt und bereit, euch zu unterstützen. Scout-Teams haben mehrere imperiale Waffenplattformen entdeckt, die in den Eisfeldern in der Nähe unserer Basis errichtet werden. Wenn der Feind so nahe Artillerie aufstellt, kann er unsere Fähren abschießen. Ihr müsst diese Waffenplattform zerstören. Sofort! Ich mache mich sofort auf den Weg. Wo muss ich hin? Ihr erhaltet soeben die Koordinaten der imperialen Waffenplattformen. Viel Glück! General Crane, Ende! Übrigens, weißt du eigentlich in welchem Rang ich stehe, Markus, in der republikanischen Armee? General? Ungefähr. Ja. Nein. Im Prinzip habe ich über den Truppen das Kommando, aber nicht über die Generäle der Armee. Nein. So ist das der Schuh weiß. Im Prinzip kann ich dir sagen, knie nieder, du Wurm. Und lutsch mal meinen Leku. Komm ich aber nicht mehr dran wenn ich knie. Doch. Obwohl, nee. Dann eher beug dich. Im Zwang. Ist auch gut. Da hoch? Ja. Alter! Muss hier runter? Guck mal bitte, was zum Teufel ist bei meiner runtergefallen. Hm. Ich muss auch in diese, nee, ich muss woanders hin. Da hinten über die Brücke. Ich glaube ich muss auch nach oben. Oben ist eine Brücke zum Beispiel. Auf dem Berg. Aber du wolltest auch irgendwas erzählen, bevor die Sequenz weiter ging. Ja, es ging halt einfach nur darum, wir können dann über ein paar Wochen wieder das Ganze aufnehmen und haben halt nicht diesen unglaublichen Zeitdruck, der ja besteht, weil unsere Gilde auch irgendwann die zwei Wochen nach Release wenn dann die Raids öffnen, auch raiden gehen möchte, was für uns dann wiederum bedeutet, dass wir bis dahin unser Equip haben müssen und die Chars auf 100 und wenn wir dann das Ganze noch aufnehmen und alles, wird das ein bisschen viel Arbeit alles zu schaffen. Ein bisschen. Ein bisschen viel, ja. Wer sagt das? Triffts gut. Ach, naja, ich warte hier bei Beta auf dich. Äh, ich hab doch gesagt, wir müssen da hoch. Ja, ich bin ja auch hoch. Ich bin irgendwo hochgefahren. Ob das dahin war, wo du hin wolltest, das war mir nicht klar, aber ich bin irgendwo hochgefahren. Ich guck den Berg an. Was zum Teufel, wo bist du denn gelandet? Hier hinten, bei der Brücke. Wo sollte ich bis zur Brücke fahren, wenn da oben noch was ist? Hm. Das ergibt nicht so viel Sinn, ne? Muss es das? Eigentlich schon. Scheiße. Hä? Ähm. Ah. Imperiale Deppempel siegt. Noch mehr. Ich wollte mich davon abhalten, um das zu dir zu machen hier. Aber wie das halt so ist mit Imperialen Soldaten, das läuft meistens. Tja. Bei Imperialer kann man das natürlich genauso über die Republikanischen Soldaten sagen. Hoff. Schlag gegen das Imperium. Höhen sie insgesamt 100 imperiale Kampfsoldaten auf Hoff. Auf Hoth. Ich nenne sie jetzt Hoff, weil die es auch mal so nennt. Ich habe mir das angewöhnt, weil ich zu viel als Vitor gespielt habe. Hoth, Hoth. Hoth, Hoth. Hoth, Hoth. Ehrlich gesagt, finde ich Hoff noch ein bisschen besser. Hört sich besser an. Aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Außer mein Lichtschwert. Da lasse ich keine Diskussion zu. Weil mit Laser hat das nicht so viel zu tun. Hier, jeder weiß den Jedi gelevelt hat. So, wo bist du? Versuch mal über die Brücke hinzufahren, vielleicht bin ich dann schneller bei dir. Du hätt... Du musst... Nein, hier ist übrigens auch noch was, was du nehmen musst, ne? Ja, ich probiere nicht, wo mich das hinführt. Ja, dahin, wo ich hin muss. Ja, ich guck, ob ich da irgendwie im Kreis dran vorbeifahren kann. Musst du nicht auch nach Beta und nach... Ja, aber ich guck jetzt gerade, ich will mir das angucken, wie ich da hier am besten hier gleich machen. Ich war hier oben einmal wegen meinen Soldaten. Oh, guck mal, das ist ja praktisch. Sie ist nicht wirklich länger und nicht wirklich kürzer. Aber... Ehererich gesagt, wollte ich aber auch über diese große Brücke einfach rüber. Ja. 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 Es gibt das nur Center und auch seine... Inelird ein, die ich habe schon... Ja, sie ist scha orden. Widerstand mit... basically aus, auf die über die res� Und Nerven, recht der Gamle, gleich der Gamle, gleich der Gamler, also der Gamle, sehe ich, dass ich nicht schlauern möchte. Ich habe sicher, dass ich mich... auf das Dormark verspielt, wenn der was ziehen soll, ne? Der zieht alles, nur nicht das, was er soll. Aber wieso beschimpft, wenn es doch teilweise einfach manchmal die Wahrheit ist? Du bist manchmal echt so Brain-Leg-mäßig, was ja nicht schön ist. Ha, bin ich mit meiner Hand zerstört. Ich wollte wieder aufmauten mit Upsilon. Ja, ich wollte das auch gerade. Das hatte ich letztens, glaube ich, einmal kurz in Heoweda, wollte ich mich per Rechtsklick fortbewegen. Ich wollte doch, dass sie erkundet haben. Der Düsterberg. Der ist auf jeden Fall nicht hell. Das passt auf jeden Fall nicht in das Setting der Name. Wenn man reingeht, ist der bestimmt düster. Ja, vor allen Dingen, wenn ihr kein Licht anmacht. Brauchst schon Licht? Schau mal Lichtschwert, dann mach ich auch alles hell. Kennst du die Big Bang Theory-Folge? Der wird halt bestimmt schon mal gebracht, oder? Und wenn das ein Leuchtschnapp, er holt das Lichtschwert raus aus dem Dings. Das ist ein Lichtschwert. Das ist ein Lichtschwert. Denke ich auf Upsilon irgendwas außer Waffen holen? Nein. Das ist das, was ich dann einfach mache aus purer Angewohnheit jetzt. Tastaturbelegung. Wo ist mein Mount? Schnellleiste. Komm. Jetzt rege ich das wieder mit Dock, diese Missverständnisse. Nein, nein. Jetzt hab ich mein Mount wirklich auf Upsilon. Ich glaube, das werde ich im WoW auch machen, weil Waffen ziehen und so ist für mich eine Funktion, die ich eigentlich nicht brauche. Ich kriege lieber mein Mount hin. Darum braucht man, die manchmal macht halt nämlich diesen Quatsch, du kennst den Bug. Wenn man irgendwas kaputt macht, läuft dann da rum wie der letzte Vollfoss auf einem der Waffe. Verdammt. Ich bin unten drunter. Ich bin festgestankt. Alter. Na ja, kriegt er mich runtergeschossen? Sniper hat sich vom Mount geschossen. Aber dich. Ja, hallo. Ich wollte dir helfen. Ja, das ist nett. Helf dir jetzt auch im Gegenzug dazu. Ich bin dir bei nämlich kurz davor, nicht umzukriegen. Na ja, ne, ne, ne. So, das sollte geregelt sein. Ja, 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 ja. Ungefähr. Was machst du denn da? Ähm, nicht auf den Bildschirm gucken und denken, dass ich ohne Probleme da durchfahren kann. Jetzt hast du es voll gezeigt, dass du manchmal einfach nicht aufpasst. So spielt der übrigens auch PvP. Du sagst, ich musste hier was machen, du Depp. Ja, ich weiß, fahren wir dann voll vorbei. Bereit? Ja, ey. Markus ist unser kleiner Depp. Kann ich auch Vollpfosten denn, falls dir das lieber ist. Naja, nicht unbedingt. Was im Teufel war das denn gerade? Ich muss deniesen, sorry. Ja, gehörst du wie eine Spontal-Tourette, Christo. Da... Nein, wieder zurück zum Normalen. Naja, weit es geht. Weit es geht, ja. Oval würde ich uns nicht bezeichnen. Hä? Was? Ich hab gesagt, normal würde ich uns nicht bezeichnen. Ich hab oval vorstanden. Oval? Ja. Oval würde ich uns nicht bezeichnen. Oval würde ich dich schon bezeichnen, ehrlich zu sein. Yeeeey, jetzt hab ich mal wieder ein bisschen da rüber gemacht. Ja, sehr innovativ, sehr innovativ. Hehe. Okeh. Tief... Tierfang. Heeeey, da steht dahinter und wird davon nicht getroffen, wie gesagt. Wer cheatet? Cheater an die Wand, das ist doch allerhand. Wende überwältigende Kraft hat. Ja ja. Wende überwältigende Kraft hat. Ich müsste sie ja Korporelline heißen. Ich hätte mal vor, man würde auch noch das machen, statt Hauptmann, Hauptfrau. Das hört sich so falsch an. Majorine oder so, ne? Majorine. Aber genauso ist das ja auch bei Dings, ne? Mir von wegen Professoren müsste jetzt auch die Männer genannt werden. In Leipzig oder so. Was zum Teufel soll denn der Blödsinn? Ich dachte, ihr wollt Gleichberechtigung, aber das ist ja wohl wieder eine ganz andere Richtung. Nein, keine Gleichberechtigung. Der Finalisierung der Sprache bin ich definitiv dagegen. Bin ich vollkommen Blödsinn. Und werde ich auch niemals machen. Werde ich meinen Kindern auch niemals beibringen, dass sie sowas zu sagen haben. Was ich heiße? Ich bin schon ein bisschen gegen Feminismus, weil die viele Seiten immer in die Extreme gehen und immer mehr Frauen sollen mehr Rechte als Männer haben. Ja. Gleichberechtigung, ja. Dann aber auch, bin ich fast dafür, wenn sie gleich Rechte haben, müssen auch gleiche Pflichten haben. Ja, aber das ist ja dann wieder, das kann man Frauen ja dann nicht zumuten, ne? Ja, aber uns Männern kann man das ja zumuten. Okay, nichtsdestotrotz machen wir hier einen Cut und was in meiner Phase passiert, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag und reingehauen. Prost! lamp. Jetzt nicht te radioactive.